das oster event endet ich hab's voll verpeilt wahrscheinlich also das oster event ist jetzt zum jetzigen zeitpunkt wenn ihr das video seht schon vorbei und mann ich hab's voll verpeilt ich hab's echt voll verpeilt weil ihr seht es jetzt gleich noch nein die app stürzt immer ab gleich habt ihr black screen ich habe noch so viele eier und ich kann nur einmal komplett alle ziehen und ich habe 30 regenbogen eier ich hab's voll verpeilt das letzte oster event ist jetzt hier wo ich zum letzten mal alle 32 eier einmal ziehen kann und ich werde sie jetzt alle öffnen und ich muss ganz kurz neu starten ja cut so wir können jetzt noch mal einen weißen osterspieler abholen und das wäre zu geil isco oder alaba jungs stellt euch das mal vor jungs mädels skywalker 100.000 erfahrungspunkte kriegen auch noch mal und 50 stürmer skill boost ist ja vollkommen egal welche eier ich jetzt hier nehme weil ich habe ja eh genug und das war ja dumm von mir sage ich mal aber ja egal ist egal das ist egal hätte ich besser machen können ich hätte zwar nicht noch mal alle eier holen können weil ich hätte jetzt hier noch zwei ich glaube 12 eier hätte ich sonst noch so wir können ja gleich sehen wie viele eier ich dann am ende noch habe ich werde jetzt aber alle durchziehen hier alle durchballern 32 eier und vielleicht kriegen wir jetzt noch mal das letzte goldene ticket 5000 münzen kriegen wir auch noch mal dank dieser 32 eier jetzt hier jetzt glaube ich habe erstmal die normalen raus mal gucken wie viele gegenbogen eier ich dann am ende noch habe übrig habe leider bitter gelaufen ist halt so ne kann auch nichts machen sich darüber jetzt aufzuregen wäre die falsche entscheidung ist halt so punkt ist halt so der skywalker würde sagen punkt und in der ersten reihe sieht sowohl so aus als würde hier kein boni für mich da sein nix kein boni in der ersten reihe was da los also kein sandro wagner glück hier mit der 2 kein ca7 glück mit der 7 und kein manuel neuer glück mit der 1 beispielsweise die 10 bringt uns die 10 glück auch nicht die elf aber kommen die elf aber dann der zwölfte mann weil der zwölfte mann seid quasi ihr ich meine fifa ultimate meine fifa mobile mannschaft und ihr seid der zwölfte mann und schade das wäre jetzt geil gewesen die 12 13 aber ich werde alle 32 öffnen wisst ihr so weißes ein weißer osterspieler schade hätte ja klappen können jetzt aber rotes ei roter osterspieler nein weißer osterspieler kann man ja nur ziehen und da ist ein boni drin und das mit rovitz drin stefan mit rovitz 83 ja schlechter geht es wohl nicht aber den kann ich ein glück verwenden für irgendeine spc dann da geht es dann wieder natürlich hätte ich mir lieber alaba oder isco gewünscht das ist ja klar das ist ja klar oder den 88er nächste bonis 100.000 erfahrungspunkte die waren direkt nebeneinander was das für eine verarsche und jetzt wahrscheinlich hier mit der 17 der nächste boni die skill boost fehlen noch das wäre es gewesen mal gucken wo die drin sind die skill boost garten in der reihe noch ich denke in der letzten reihe eher nicht in der vorletzten hier ich sage in der letzten mal gucken ob ich recht habe okay gelbe eier habe ich ja nicht mehr jetzt 53 minuten hätte ich jetzt hier noch zeit wenn ihr die folge seht hier wenn ihr dieses video sieht seht sieht wenn ihr dieses video sieht gutes deutsch spaß beiseite versprecher for the win wer hat das immer gesagt kennt ihr den youtuber der das immer gesagt hat versprecher for the win ich glaube er macht nicht mal videos mehr habe ich damals halt aktiv sage ich mal geschaut als er aktiv noch mal schöne grüße gehen an dich raus sofort solltest du fifa mobile spielen und dieses video gesehen so natürlich würde dieses video nicht sehen das ist mir auch bewusst aber ich sage es immer so aus spaß ich grüße auch ab und zu mal ane meyer aber ane meyer dazu muss man sagen er hat schon öfters die insta stories von mir geguckt ich weiß nicht ob er so ein fieber power spieler ist sogar und deswegen guckt er die insta stories das ist no joke das ist wirklich so das ist wirklich so habt ihr sicherlich das habe ich auch mal in die insta-story gestellt und diese insta-story hat er dann wieder gesehen no joke true story ich sag ja die skill boost garten sind wahrscheinlich im 32 ein ja gelbe eier habe ich nicht mehr ich weiß es doch nun schon mittlerweile okay das war das 27 das 28 ein nein wir haben 14 eier noch übrig 14 also wir hätten noch weitere 14 ziehen können und die hoffnung wäre da gewesen vielleicht hätten wir noch mal ein boni bekommen aber es ist halt so wie es halt nun mal ist hätte ich mal bisschen früher darauf können kommen können dass das oster event hier jetzt endet und jetzt lädt das wieder so lange und jetzt stürzt erst mal einmal die app ab verbindungsproblem man kennt ihn server problem jawohl hat man auch noch nicht also darf ich mich nicht beschweren schauen wir mal weiter mal gucken vielleicht ziehen wir das wäre jetzt heftig man das wäre jetzt zu heftig wenn die uns eine goldene stick ist dickes ticket gibt weil dann haben wir einen hunderter spieler weil wer auch sonst ich hatte ja habt ihr das best of stream packs gesehen da mit ronaldo mit neymar mit bail übrigens habe ich die spieler immer noch ich habe sie noch nicht verkauft und da sind sie da sind die skill boost garten im 31 war der war letzter boni hier drin meine letzte boni versteckt genau und wir hatten wir hatten sogar noch 15 15 eier hatten wir noch ja na ist also das ist also und jetzt heißt es kriegen wir ein goldes ticket jungs was meint ihr schade 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 kein goldes ticket aber die 5000 münzen lasse ich mir natürlich nicht lumpen nehme ich natürlich gerne mit und ich würde sagen das war es ja auch von dem heutigen video das war heute nur noch mal so ein oster spezial video mit allen eiern und die chance noch mal auf das goldene ticket was wir leider nicht bekommen haben das war es aber wieder trotzdem von mir wenn das gefahrt das gleiche lassen abo dann wir sehen uns beim nächsten mal auf rein und tschüssi bis zum nächsten mal auf